Guten Morgen Bayern, wir haben aktuell 11 Grad und uns steht nochmal ein schönes Herbstwochenende bevor. Genießt die letzten Sonnenstrahlen des Jahres. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Es ist 7.28 Uhr und jetzt viel Spaß mit dem Song Far Away. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.